hallo und herzlich willkommen heute stelle ich euch das CQ modell vor mit der serie nummer 2313 im maßstab 1 zu 50 es ist ein polizei sprinter ja die uvp ist 14,99 € also 15 euro gibt es teurer oder billiger aber so um die 15 euro obendrauf wieder ein modell diorama vorschlag von CQ da sehen wir schon das erste bild man kann die fahrertür öffnen drehen wir rum man kann hinten die zwei türen aufmachen die schiebetür geht zu öffnen und hier ein paar technische daten des fahrzeuges gesamtlänge 5910 mm gesamtbreite 1993 mm gesamthöhe 2820 mm zylinder vier stück hubraum 2148 kubik motorleistung 95 kw 129 ps und nennen zahl 3800 umdrehungen pro minute dann hole ich mal das schöne modell heraus sehr schöne gute qualität metall boden man hier made in china cq hat mehrere werke eins in deutschland eins in polen und eins in china dieses modell kommt aus china gute qualität hält auch mein sturz aus da passiert nicht so schnell was man kann die türen öffnen die beifahrertür geht natürlich auch zu öffnen und die fahrertür hinten die zwei türen wie auf dem bild gesehen auch zum öffnen ein sehr schönes modell das war es für heute ich wünsche euch noch viel spaß guckt die anderen videos an abonniert mich glocke aktivieren dann verpasst ihr auch kein video mehr macht's gut steffen